Ja, ein herzliches Hallo. Hier bin ich wieder zurück mit Uncharted. Ich muss gestehen, dass ich jetzt in der Weile einfach gar keine Lust auf dieses Spiel hatte. Mir war es auch ein bisschen vergangen wegen den vielen Krummgeballer. Allerdings möchte ich auch wissen, wie die Story weitergeht, weil mir die eigentlich schon ganz gut gefällt. Ich verstehe das nicht. Wie verschwindet einfach eine ganze Kolonie? Oh, das ist so schwierig, die Steuerruhen hier... Ja, das fängt schon perfekt an. Kann ich das nicht irgendwie nochmal üben oder so? Muss ich auch noch gucken, wie ich schieße? Und das Lenken ist auch nicht gerade einfach. Ja, wie können wir denn jetzt... Oh Gott, das ist auch furchtbar. Hey! Ich sehe nichts. Also ich sehe es schon, aber ich komme nicht richtig... Ja, super. Mach ich doch. Wie die zwei jetzt hier im Wasser rumgeschwommen sind als Leichen und der dann doch nicht so zäh, was? Also im Moment kann ich noch lachen, aber wer weiß, wie lange. Vielleicht sollte ich einfach nicht so schnell durchrasen. Was ist denn hier passiert? Die ganze Stadt steht unter Wasser. Ja. Ah! Ah! Ja! Ja! Ah! Ich sehe nichts, wo die sind. Zu Glück hat Elena so eine gute Waffe. Wo kommt das jetzt schon wieder her? Das hasse ich, wenn ich das nicht sehe. Wo muss ich denn jetzt finden? Ich dachte, da wäre noch eine Tonne. Hoffentlich geht das hier nicht allzu lange, weil das ist so ein bisschen umständlich. Oh Gott. Oh, ich dachte, das geht böse aus jetzt. Meine Güte. Ich denke mal, da müssen wir hin, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Können wir hier anlegen? Ja, wunderbar. Ach Gott sei Dank. Aber ich wollte halt gerne wissen, wie es mit den beiden hier weitergeht. Finden wir es heraus. Ja, super. Weil ich finde, die passen eigentlich ganz gut zusammen, die beiden. Aber schönen Dank auch, dass sie uns jetzt wieder hier alleine lässt. Oh, ich schieße auch noch daneben, ich dummer Hund. Schöner Kopfschuss. Okay. Ich wage mich mal weiter vor. Ach nee, ich wollte doch nicht schlagen. Ich muss mal wieder was einsammeln hier. Ich habe nichts mehr. Ach. Na? Oh, was macht der denn, das Arschloch? Hin und her und hin und her. Da könnte ich den Schubberer hier... Ja, was? Oh, also er bleibt stehen einfach. Komm, jetzt noch 20 Mann. Ich hasse das. Oh, was hat denn der für ein Geschoss? Ja, wie kann ich denn... Ich wollte eigentlich, dass... Weil so sehe ich doch nichts, wenn ich das so mache. Ich würde die Richtung wechseln. Oh, wie... Alter, das ist doch bescheuert, ey. Oh, noch ein Momentchen warten. Ja, wo ist er denn? Toll, ich sehe den noch nicht mal. Oh. Du Scheiße. Das, was wird... Also, nochmal sterben werde ich bestimmt jetzt. Ach, ich kann das zerstören? Das wusste ich gar nicht. Ja, nu? Ach, nee, das ist... Die andere Waffe, die will ich jetzt nicht. Hm, nee. Behalte ich lieber die? Gefällt mir irgendwie besser. Oh. 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 Da ist er! Bis dann. Ich sehe ihn! Schnapp die noch! Ich hab's! Ich hab's! Ach, Mensch. Du bist tot, Schlepp! Schnapp die! Schnapp die noch! Wir drücken! Stimmt doch gar nicht. Wo sitze ich denn fest? Ich hab's! Idiot. Na glaubst du's denn? Ich schieße da mit der Schrotflinte? Also, das ist doch... Ich fass es ja nicht. Cool. Kopfschuss. Ach, der hat wieder nur diese scheiß kleine Waffe da. Ich wollte mal wieder eine schöne große haben. Was liegt hier? Ah. Na siehste. Ist das ein Secret? Ja. Sehr schön. Ein Frosch. Na da. Oh, eine Trophäe ist Schatzsucher-Anfänger. Ja, Anfänger kann ich mir vorstellen, dass ich noch ein Anfänger bin. Okay, gehen wir mal hier hoch. Tja, und jetzt bestimmt wieder klettern. Ertauschen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Oh, ich trau mich nicht zu springen. Ja, super. Tja, irgendwo muss ich doch bestimmt jetzt hochklettern können, oder nicht? Weil ich komme ja hier irgendwie nicht weiter. Das war jetzt auch ein geiler Hüpfer. Vielleicht hier? Hm. Kann sein, dass ich da jetzt rüberspringen muss. Ich bin mir nicht ganz sicher. Zumindest hat's geklappt. Okay, und was mache ich jetzt? Muss es doch irgendwo... Oh, ich dachte jetzt schon, jetzt war's das. Ich habe nämlich das Ding jetzt nicht gesehen. Diese Liane. Was hat der dabei? Nichts. Hm, schön. Zum Turm. Hier unten. Alles klar? Was geht das schon wieder los? Wetten? Mit dem Geballere nebenbei. Ja, wusste ich's doch. Erledige sie, Elena. Ja, ja, doch. Ja, ja, doch. Okay, so schwer ist es jetzt gar nicht, wenn man ein bisschen das mit Taktik macht und nicht einfach durchdüst. Wie die immer umher fliegen, das ist auch die Krönung. Vor allem, er sagt immer nur au. Ja. Ja. Da sind sie. Nicht schlecht. Ja. Ja. Ah, meine Spülmaschine piept gerade. Die ist fertig. Aber das kann ich später noch ausschalten. Ja, wo sind sie denn? Ja, wo sind sie denn? Oh, ich hasse das, ey. Ja, super. Schönen Dank auch. Jetzt kann ich schon wieder nicht mehr drüber lachen. Oh nein. Sie hat zum Glück unendlich Munition, wie's aussieht. Gott sei Dank reicht da nur ein Schuss, ey. Jetzt will ich ausrasten. Aber Elena hat wirklich auch was drauf, also kann man nicht anders sagen. Huch. Ja, Tipp. Ach, L2. Ich hab jetzt R2 gedrückt, ich Idiot. Aber jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Was hab ich jetzt davon? Okay. Du musst diesen Turm erreichen. Ich warte dann am Zollhaus auf dich. Ja, darf ich wieder alles alleine machen hier? Nein! Das wollte ich doch gar nicht. Er mit seinem Rumrollen immer. Da ist er! Da ist er! Ach, das ist... Na, toll. Oh, ja, super. Er schlägt, aber ich treff nicht. Alles klar! Schön. Ja, das find ich auch schön. Okay, kleine Waffe hab ich, glaub ich, nicht mehr. Doch, hab ich schon, aber nicht mehr viel Munition. Ah. Ganaten hab ich natürlich auch gerne. Hm, ja, was nehm ich denn jetzt? Die Schrotflinte, oder? Ah, ich nehm mal die Flinte mit. Was ist das für eine? Ach, nee. Oder war das jetzt nur Munition? Das war nur Munition. Okay. Aber hier ist ne andere. Die nehm ich lieber. Ich glaub, die macht mehr Schaden. Und wenn ich diese Geräusche schon wieder höre von diesen Typen. Ja, wo ist er? Ach, nee. Ja, wo sind sie denn nur? Ich sehe nichts. Oh, da könnte ich schon wieder ausrasten, ey. Echt? Ja, wo sind sie denn zum Teufel nochmal? Ja, jetzt geht's los. Doch, er mit dem Rumrollen. Das macht mich schon wieder wahnsinnig hier. Los geht's. Damit kommst du nicht davon. Wo wirft der denn das hin? Vollidiot. Okay, ich muss anscheinend hier lang. Oh. Aber... Ja, wie? Wo? Wann? Was? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ganz ehrlich. Was war denn das eben für ein... Wofür war das Dreieck? Da war doch eben ein Dreieck. Ach so, okay. Tja, ich schätze mal, ich muss einfach hier durch. Ich weiß zwar nicht wie, aber... Kann ich... Darf ich stunden hier? Raus mit dir. Los, schnell. Oh. Ja, super. Oh. Oh. Okay, da mach ich jetzt erstmal ne Pause. Okay. Ja.